Wie steht es um das Thema Bildung in Dortmund? Was wird für die Umwelt getan? Welche Pläne gibt es in Sachen Verkehr? Mit all diesen Fragen setzt sich der Bund und die Länder auseinander. Auf Kommunalebene sind andere gefragt. In Dortmund kümmert sich der Oberbürgermeister Thomas Westphal von der SPD um die Beantwortung dieser und weiterer Fragen. Darüber hinaus wird er unterstützt vom Rat der Stadt Dortmund sowie von den Bezirksvertretungen der Stadtbezirke. In Dortmund setzt sich der Rat der Stadt größtenteils aus Vertretern der SPD, der Grünen und der CDU zusammen. Vertreten sind zudem die Linke, die AfD, die FDP, die Partei sowie das Bündnis für Vielfalt und Toleranz und die Rechte. Die Aufteilung gilt seit den vergangenen Kommunalwahlen im Jahr 2020. Die nächste Kommunalwahl findet erst 2025 wieder statt. Bis dahin ist es an den gewählten Parteien, die Stadt zukunftsgerecht aufzustellen. Alle aktuellen Infos rund um die Politik in Dortmund gibt es bei uns.